So, hallo und herzlich willkommen zur Gewinnauflösung. Strötchen ist auch da. Hallo. Und zwar, sie wird nämlich heute die liebe Glücksfee spielen. Ich habe jetzt von allen Gewinnern die Kärtchen schon mal vorbereitet. Und zwar machen mit der liebe Online-Gamer. So, dann haben wir Marc Fährig, die Headbangerin und Sweet Suicide. So, und damit ihr nicht auf die Idee kommt, dass ich jetzt irgendwie schummel, ich falte die jetzt und werde die jetzt erstmal hier in dieses kleine Gefäß hier werfen. So, dann will ich die Headbangerin nochmal zeigen, damit ihr nicht glaubt, hier wird irgendwer bevorzugt. So, dann wird die liebe Strohhütchen, meine Freundin, mit gleich dann den Gewinner ziehen. So, hier nochmal der Marc. So, drei. Und Online-Gamer, ja. So, ich habe das mal schon aus Gesicht gehalten gerade. So, dann bitte, liebe Glücksfee, einmal gut durchmischen. Du darfst auch nochmal. Ich darf auch nochmal, okay. Sehr gut. So, ich habe auch irgendwie nichts in den Händen, ne? So, alles gut. Jetzt irgendeinen ziehen. So, jetzt bitte irgendeinen rausziehen. Nicht gucken, ich gucke auch nicht. Hier. Okay, sehr gut. Wir haben einen Gewinner. Ich schaue mal eben, wer gewonnen hat. Und es ist die Headbangerin. Herzlichen Glückwunsch. So, du hast den Hutschein gewonnen von der lieben Victoria Rickfield. Und zwar läuft das Ganze jetzt so ab. Ich werde dich jetzt anschreiben auf YouTube gleich mit der Adresse von der lieben Victoria und dem Gewinner-Key. Den schickst du bitte dann an Victoria und sie wird sich dann mit dir in Verbindung setzen. Und ja, dann alles weitere könnt ihr dann besprechen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, vielleicht schafft ihr beim nächsten Mal mehr Glück, wenn nochmal ein Gewinnspiel kommt. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss. Danke fürs Mitmachen. Bis nächstes Mal. Ciao.